Wir leuten ja leute hi ihr seht nicht gerade wie die leute hier wir versuchen gar nicht einfach scheiße auf dem public server ich werde wieder in newton gleich ich hätte ja schon und dann geht es los ich ausmachen wieder holzfäller heli holzfäller heli das er voll der renne bock ich sehe sie ich sehe sie unten ist ein panzer gestürzt ist einer von euch ein panzer und schießen ab ich habe zwei jets klaus drehen um ist einer von euch in dem tief naja ich habe den jet geparkt daraus haben wir den typen getötet oder er ist tot er ist tot ah ich habe einen kill gemacht ich habe es gar nicht mitgekriegt so legen wir weiter auf die wiese ich da habe keine donuts hier spricht airline eine feste berlin sie können hier nicht sagen dieser flughafen ist noch nicht fertig soll ich mal schrecken als er hat er gleich explodiert die auf der weg gelandet sind ouch hier haben wir ja oh fuck well done well done pech kopf ab und ab mit dem jet getroffen warum ist eigentlich dieser komische andere kett immer noch da ich schieß um die donuts gibt es hier wie der wieder der helikopter ist gerade dabei abzuschließen das muss laufen das muss ja nicht ich laufe ich hab kein fahrzeug so richtig deprimiert muss laufen laufen ich will nicht laufen und nicht laufen muss ich mich bewegen ich glaube ich bin mit dem jet geflogen bin ich abgestürzt und bin ich mit meinem und neben mir fliegt gerade in luft neben uns auch ich bin das gleich bei der gas station dankstelle ja da haben wir auch rum sehr gut habt ihr donuts gefunden das war nicht erst dass man nicht gegenseitig erschießen doch du bist so ein schmock das kenne ich mich einfach mal hin und vielleicht erschießt es ja nicht ist man nicht wie ein scumbag nein ich werde erschossen und habe ihn habe den anderen erschossen ich habe wie so ein ninja runtergejumpt ist alter das muss ein slowmo geben wir sind die coolsten wenn wir grüßen wir sind die coolsten wenn wir grüßen ich guck ihn so an als ich drehe ich das motto mir oh fuck oh fuck oh fuck ich sehe mich dann so im hintergrund ganz zu fliegen kommt dem boden immer näher das wollte ich jetzt nicht spiel aber danke ich weiß nicht wie ich das ding fliege ich will nicht wir verlieren gleich wegen random wo bist du das und da haben wir noch wir haben verloren wir haben verloren claudio wir haben verloren ich habe positive stats noch warte oh ich habe die ganze Zeit in dem duo irgendwas geschossen ich wurde sogar befördert ich bin jetzt irgendwas chief of five ich sollte ich sollte duty call spielen wie jetzt zwei gegen einen praktisch gespielt hat und der eine hat gewonnen Klaus was nehmen wir mit oh wir nehmen den helikopter hab ich gehört NICHT ich fliege auch mit dem typen nach mit diesem ups pio dreck pio high five oh gott hi ähm stirrst du keiner was h 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 oh ja noo Miggi Faust hat mich getötet ich will da durch ich will da durch Tom will durch h h h h h h h h h weißt du das verlebt da war nicht mal ne scheibe dazwischen migi Find es toll übrigens wie dein Auto spät.... ...beton mauer einreißt h 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 Ich denke so, oh fuck, zu spät gezündet, bumm, geht er in die Luft, aber fährt mich halt einfach noch mit. Soll. Nein, Claudio, nein. Warte, 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 warte. Nein, Claudio, ich wollte was machen. Warum kommen wir da hinterher, Schatzi? Ich kann dir sowieso nachdreuen, das weißt du aber schon, oder? Wenn ich nicht irgendwie zwei Stunden den Tod screenne. Hä, Mädels, wo geht ihr hin? Ich bin fest, Junge. Ich hab' noch mal Tankstelle. Was machst du hier? Ich bin auch gegangen. Kannst du Tankstelle in die Lücke, Jörg? Äh, Claudio? Wann bist du ausgestiegen? Nur weil du so schlecht bist. Jungs, Tankstelle gibt's Donuts. Go. Donuts. Die Vier ist angebracht. Claudio? Ach so, ach so. Wir haben eine Leiter, diese Erwanderung. Ich schätze, du hast es gesehen, oder? Ja. Ich würde gerne... Feuerherr, wieder ein Soldat. Zwanzig. Janik hat mich getötet. Gut fucking tipp, Janik. Gell? Jetzt ist Janik auch noch hingefallen. Mir hingefallen, ich kann hier alleine aufstehen. Ich seh schon, Janik. Tom, warte einfach da, wo du warst. Warum hast du mich umgebracht? Ich weiß nicht, warum Janik irgendwen umbringt. Alles hauert, was mich umgebracht. Ich weiß nicht, warum Janik mich dazu angestiftet hat. Äh... Bananenkuchen. Du musst irgendwie spawnen einfach von mir. Einmal, wenn ich spawnen. Ich schiebe jetzt. Voll. Voll hab's einfach, Janik. Ich find schön, wenn ich's Nachladeanimationen gibt und einfach die Kugeln trotzdem sich überhaupt nicht ändern. Also, ich mein... Ich bin schon wieder gegen die Wand gefahren wegen dir, Claudio. Du kannst nicht Auto fahren. Du machst das dritte Auto kaputt. So kann das... Ich bin gefangen. Hilfe, Claudio. Hilfe! Claudio. Oh, Mann. Ich bin gefangen. Wegen dir, du Arsch! Glaubt ihr, die anderen denken, wir spielen richtig? Hm. Ich bin jetzt gestorben. Interessant. Claudio? Das ist langweilig. Ah! Ich mag den Heli von euch nicht. Der hat sich nicht mal mitbekommen, die Sau. Da hat's keine Position. Für die Tankstelle, den ich einnehmen. Das ist nicht der Plan. Bist du explodieren, die Dinger so schnell? Voll unrealistisch. Ah, fuck! Er wollte mich auch abschießt. Ja, das hat's dann langweilig. Ja, das Einsatzziel neutralisiert. Ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Oder würdest du nicht? Naja, besser als letztes Mal doch. Na, das ist doch... Ja, aber ich bin über die ganze Zeit durch den Jett gestorben. Immer wieder. 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 Fuck is happening. Claudio, guck mal, ich... Au, au, au! Ich hab... Na, mein... Na, mein... Das war dich hochjagen, Claudio, aber es hat nicht geklappt. Mein großes Ziel vom heutigen Abend ist, glaube ich, noch mal hoch zu jagen, werden das in der Sniper. Wie ne Pinch? Hi. Das war's total wert. Also, ich hab's da mit dem Dead ausgesprungen, kann das sein. Wer jemand irgendwie was an, äh, Deathmatch oder so spielen? Äh, da kann man auch schon noch die Gäste, ich meine, ja, nur die Gäste, ich noch einig. Haben Sie die Möglichkeit zu checken, ob ein Code funktioniert noch? Oder ob der schon benutzt wird? Ich glaub nicht. Boom! Ne, ich glaub nicht.